Drei crazy Smart Home Gadgets, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen werden. Und damit meine ich wirklich crazy crazy. Los geht's. Wir fangen an mit einem sehr, sehr lustig klingenden Gadget, was aber schon irgendwo cool ist. Ach, ich fahre doch sowieso alle Technik Gadgets, aber doch, das ist schon ganz cool. Und zwar geht es um den Withings U-Scan. Withings ist ja eine Marke, von der ich diese Schlaftracking-Matte habe. Und jetzt haben die was gemacht, was nicht so ganz ähnlich ist, und zwar ein Urinlabor für zu Hause. Ja, also ich sag ja, hört sich komisch an, aber das kann schon einiges. Denn ihr wisst ja, wenn man bestimmte Werte beim Arzt checken lassen möchte, muss man entweder einen Urintest abgeben oder eine Blutabnahme machen. Und auf sowas hat man ja nicht immer wirklich Lust. Und sowas gibt es jetzt halt in Mini für zu Hause. Withings U-Scan ist ein Urinlabor, welches an das WC platziert wird. Und zwar sozusagen an der Innenseite, sodass man das auch nicht wirklich sieht. Also ihr müsst das jetzt nicht irgendwie irgendwo hinhalten und ihr wisst schon. Dabei gibt es verschiedene Kartuschen, die ihr einsetzen könnt, die auch verschiedene Dinge analysieren. Also ihr habt jetzt nicht ein Gerät, was alle Daten tracken kann, was ihr auch beim Arzt machen würdet. Wie gesagt, ihr könnt das sozusagen entscheiden, was ihr messen wollt. Und diese Daten, die ihr dann gemessen bekommt, kriegt ihr dann natürlich auf euer Handy. Diese Kartuschen müssen nach einiger Zeit nachgekauft werden. Ich konnte jetzt noch nicht recherchieren, wann genau. Aber günstig sind sie nicht. Die kosten nämlich etwa 500 Euro. Das Ganze startet in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres. Ich werde versuchen, an dieses Produkt ranzukommen. Das Review stelle ich mir ein bisschen komisch vor. Aber ich finde es echt ganz cool. Denn es gibt einfach viele Werte, die man im Urin sozusagen nachmessen kann im Labor. Und das könnt ihr jetzt halt zu Hause machen. Das ist alles bequem. Ihr müsst halt nichts machen, außer das Ding einfach anzubringen. Und dann könnt ihr sehen, wie sich eure Gesundheit verhält. Ich bin ein Fan davon, seine Gesundheit smart zu tracken. Deswegen für mich eine coole Sache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Bevor wir jetzt mal weitermachen, das habe ich lange nicht gesagt. Aber wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, was mich sehr freuen würde, dann abonniert gerne diesen Kanal. Auf diesen Kanal kommen ganz viele Themen zu Smart Home. News zu bestimmten Geräten. Auch Tech Reviews natürlich. Also wenn euch das ganze Thema Smart Home interessiert, seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Danke euch. Gerät Nummer 2. Laptops mit zwei Bildschirmen. Bildschirmen. Wer hat das schon wieder gemacht? Ich glaube, wenn man mich gefragt hätte, würde ich direkt von Anfang an sagen, Lenovo. Und es ist auch so, Lenovo hat das gemacht. Aber Lenovo war tatsächlich schon immer eine Firma, die ziemlich experimentierfreudig ist. Ob es irgendwelche Laptops sind, die man auf einmal dann, wo man den Bildschirm drehen kann, mit Stiften und anderen Designs. Das Yoga Book 9i und Thinkbook Plus Twist sind aber besonders experimentierfreudig. Denn das sind die ersten Laptops mit zwei Bildschirmen. Der erste ist mit zwei 13,3 Zoll Bildschirmen ausgestattet. Und der zweite, also das Thinkbook Plus Twist, hat nur einen Bildschirm, aber dafür noch auf der Rückseite vom Bildschirm noch einen E-Ink-Bildschirm, der 12 Zoll groß ist. Und das ist dafür gedacht, falls man einfach Energie sparen möchte, wo wir natürlich wissen, dass E-Ink extrem viel Energie spart, dass man halt die andere Seite benutzt. Muss ich ehrlich sagen, ist jetzt kein Problem, was ich jetzt im Alltag habe, wo ich sage, das habe ich gebraucht. Aber andererseits hätte ich das vor der AirPods Erfindung auch nicht gedacht. Also vielleicht wird das ja was. Aber kommen wir direkt mal zur krassesten News für dieses Jahr, was so Geräte angeht, weil darauf freue ich mich unfassbar. Und zwar ist es die Ring Always Home Cam. Und die wurde doch vor, waren das zwei Jahre schon? Auf jeden Fall vor einiger Zeit vorgestellt. Ich glaube zusammen mit dem Astro. Und immer dieses Vorstellen und dann richtig lange warten, bis es rauskommt und dann ja oder vielleicht doch nicht. Und dann irgendwie doch abbrechen, weil es nicht klappt alles. Feier ich absolut gar nicht. Aber das erste Mal ist jetzt das Gerät mal wirklich geflogen. Und man konnte es mal in Action sehen. Nochmal kurze Zusammenfassung. Das ist eine Überwachungskamera. Aber nicht nur irgendeine, denn Überwachungskameras sind ja schön und gut, wenn ich jetzt hier eine im Wohnzimmer habe. Aber was ist denn mit den anderen Räumen? Da muss ich ja auch überall eine platzieren. Und diese Kamera fliegt halt durch das Haus und kann durch intelligente Programmierung Geräusche erkennen und weiß, wo sie hinfliegen soll, wann sie was aufnehmen soll. Und ist einfach sozusagen eine fliegende Alarmanlage. Ich weiß noch nicht, ob das mit Alexa verknüpft sein wird. Ich habe mal gehört, dass es mit Alexa verknüpft werden kann. Also in dem Sinne, dass Alexa auch in einem Gerät drin ist. Was ich mir schon richtig, richtig cool vorstellen würde. Denn Ring gehört ja auch zu Amazon. Die haben das ja aufgekauft. Deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber Minimum wird natürlich sein, dass es überhaupt mit Alexa halt funktioniert. Es gibt noch keinen Verkaufsstart, also kein Datum, was man jetzt kennt. Aber laut Ring wird das in naher Zukunft passieren. Was auch immer naher Zukunft bedeutet. Und den Grund finde ich eigentlich ganz lustig. Denn es müssen doch Probleme bei der Fenster- und Spiegelerkennung bewältigt werden. Ja, ich hoffe natürlich, dass sie bewältigt werden. Weil es wäre schon lustig, wenn man sich so ein teures Gerät kauft und das ständig gegen das Fenster fliegt. Aber ist das so schwer? Anscheinend schon. Ich bin ja jetzt auch nicht der Experte. Meiner Meinung nach definitiv das spannendste Produkt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Vor allem natürlich im Smart Home-Segment. Also ich freue mich wirklich richtig, richtig doll, dieses Produkt auszutesten. Und es ist mir auch... Okay, jetzt werde ich bereuen, das zu sagen. Aber es ist mir egal, wie teuer es wird. Ich muss es austesten. Ich finde es richtig cool. Es lohnt sich jetzt nicht so doll in einer kleinen Wohnung vielleicht, wie meine jetzt. Sondern in einem Haus, was auch mehrstöckig ist. Ja, aber ihr wisst genau, für den Kanal werde ich es sowieso machen, um euch das mal zu zeigen. Ich habe hohe Erwartungen, Amazon. Also wirklich, bei dem Ding hier wurde ich ja schon ziemlich enttäuscht. Das tut immer noch weh. Deswegen habe ich riesige Erwartungen für diese Kamera, für diese fliegende Kamera. Und wehe, sie fliegt gegen meine Fenster. Naja Leute, das waren drei interessante Gadgets, die dieses Jahr rauskommen werden. Das waren alles natürlich Gadgets der CES-Messe. Und ja, ich werde euch immer mal wieder zeigen, was für interessante Sachen dieses Jahr so rauskommen. Also Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao.